Jetzt sichern, denn alles andere ist Käse. Die NETCOLONE Doppelflat mit bis zu 25 Mbit für nur 19,90 Euro im Monat. Infos unter 0800 4x2 800 oder auf www.netcolone.de Ja, es gibt jetzt nicht ganz so viel Neues zu berichten. Sehr viele Spiele jetzt in kürzester Zeit. Wir gucken, dass wir die ganz, ganz vielen guten Dinge gegen St. Pauli mitnehmen, dass wir weiter so dominierend auch Fußball spielen. Ich kann mich nicht erinnern, dass St. Pauli mal in den letzten Jahren 22 Torschüsse gegen sich gehabt hat, selbst zu Erstliga-Zeiten nicht. Und das spricht einfach dafür, dass wir sehr viele gute Situationen hatten im Spiel. Leider nicht mit dem erhofften Resultat. Aber auch das war wieder ein Spiel, wo wir bisher wie in allen anderen Partien auch sehr dominiert aufgetreten sind. Und wir müssen jetzt natürlich diese Spiele gegen Union Berlin, die auch meines Erachtens nicht die Punkte haben, die sie hätten haben sollen und auch können. Wir müssen diese Spiele annehmen. Wir wissen, was uns da erwartet. Tolle Fußballatmosphäre. Dafür werden auch unsere Fans natürlich mit sorgen, aber auch die Union-Fans. Richtiges Fußballstadion. Eine Mannschaft, die sehr körperlich aufgestellt ist und auch sehr körperbetont Fußball spielt, sehr intensiv Fußball spielt. Das müssen wir annehmen und müssen dazu weiterhin guten Fußball spielen. Und dann wollen wir den nächsten Anlauf nehmen für den nächsten Dreier. Das war es eigentlich schon. Kurz und knapp. Limbo, dann stellen wir direkt an. Steine, was haben Sie die Woche gemacht, um die Köpfe freizukriegen? Oder muss man die Köpfe freikriegen, damit dann endlich das Tor fällt, auf das alle so sehnlich warten? Ja, wir wollen da keine negativen Bilder aufbauen. Wir wissen ja alle, dass beim Fußballspielen Tore schießen ganz wichtig ist. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 100 Torschüsse in fünf Spielen gehabt. Wir müssen ganz einfach weitermachen. Irgendwann wird diese Kugel auch über die Linie rutschen. Und dann werden wir auch dieses ersehnte Tor haben, damit das dann auch irgendwann mal weg ist. Das ist wie so mit Serien. Da hat man zehnmal nicht gewonnen oder Sonstiges. Und irgendwann passiert es dann. Wir haben natürlich sehr viel regeneriert, weil wir eine sehr kurze Woche jetzt auch hatten. Montagsspiel und jetzt Freitag wieder. Dementsprechend haben wir uns heute ein paar Dinge zu Union Berlin angeguckt. Wir haben nochmal Offensive und Defensive heute getrennt. Einfach nochmal ein bisschen Spieleröffnung für die Defensive. Ein paar Abschlusssituationen aus dem St. Pauli-Spiel nachgestellt für die Offensive. Und einfach jetzt langsam wieder den Akku hochfahren, die Konzentration hochfahren. Und dementsprechend fahren wir da auch voller Hoffnung und gestärkt nach Berlin. Wie schätzen Sie die sportliche Situation an? Es gibt ja viele Schulterklopfer, die sagen, Mensch, toll gespielt. Und jedes Mal gibt es Applaus und Beifall für die Mannschaft. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen gefährlich, dass man sich da so ein bisschen blenden lässt? Weil die Realität sind ja nun zwei Punkte und das ist ja schon ein richtiges Kellerduell gegen Berlin. Ja, das eine ist, am fünften Spieltag wollen wir noch nicht vom Kellerduell sprechen oder am sechsten Spieltag. Aber es ist schon die Situation so, dass wir natürlich wissen, dass wir ganz, ganz viele Punkte haben liegen lassen. Also wir hätten in jedem Spiel punkten müssen, haben es nicht getan. Das ist die Realität, das ist der Blick auf die Tabelle. Davor dürfen wir die Augen noch nicht verschließen. Wir wissen allerdings auch, dass wir in jedem Spiel gute Leistungen gebracht haben. Und das müssen wir ganz einfach auch in den Fokus stellen. Dann müssen wir auch der Mannschaft sagen, das ist gut, das ist der richtige Weg. Wir brauchen natürlich irgendwann auch die Ergebnisse, das ist ganz klar. Weil sonst, ja, bleibst du weiter da unten und das ist das, was wir nicht wollen. Also wir können die Situation schon realistisch einschätzen. Wir wissen schon, dass wir die Art und Weise, wie wir spielen, wie dominierend wir auch spielen können gegen die meisten Mannschaften, ist in Ordnung. Wir müssen was an den Ergebnissen tun, das steht außer Frage. Ich möchte auch noch kurz nachfragen, da gibt es ja Experten, die sagen, also der FC muss eigentlich, wenn er realistisch ist, den Aufstieg schon abhaken. Sehen Sie das so oder ist das für Sie gar kein Thema jetzt in der Situation? Ja, ich habe ja vor der Saison auch gesehen, wenn wir aufsteigen würden, wäre es eine Weltsensation und solche Sachen. Das ist alles, das überlasse ich den Fachleuten, wie sie den FC einschätzen. Und ich versuche mich auf meine bescheidene Arbeit zu konzentrieren, hier, die reichhaltig ist. Insofern habe ich nicht ganz so viel Zeit mir über dann noch Dinge, die im nächsten Jahr passieren könnten, sollten, Gedanken zu machen. Das überlasse ich den Fachleuten. Das überlasse ich den Fachleuten.